Der Elsterradweg führt entlang der Weißen Elster von Tschechien nach Sachsen-Anhalt. Überblick Die Strecke des Elsterradwegs wurde zum größten Teil entlang des Flusses Weiße Elster gewählt und ist durch unterschiedliche Wegbeschaffenheiten gekennzeichnet. Abschnittsweise befindet er sich noch im Ausbau. Auf einer Länge von rund 250 Kilometer führt er von der Elsterquelle durch die Vierländer Tschechien, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, vom Vogtland durchs Thüringer Schiefergebirge bis hin zur Leipziger Tieflandsbucht. Sein Oberlauf ist durch bergige Abschnitte charakterisiert und eignet sich daher für erfahrene Tourenradler. In Adorf wird offiziell die Bahn-Nutzung empfohlen. Ab Geartalwärts ist die Route auch für Unerfahrene und Familien mit Kindern geeignet. Besonders praktisch ist hierbei die Anreise mit der Vogtlandbahn. Da die Route größtenteils entlang der Bahnstrecke Egerplauen und der Elster-Talbahn führt, ist man sehr flexibel bei der Etappenplanung. Die Züge verkehren im Ein- bzw. Zwei-Stunden-Takt, sodass man jederzeit die Tour beenden und mit dem Zug nach Hause fahren kann. Etappen Elsterquelle Adorf-Fugtel Der Elster-Radweg ist als solcher auf der tschechischen Seite nicht ausgeschildert. Es sind mehrere Radwege nutzbar. An der Elster führt ein weiß-grün markierter Weg bergab. Der erste Ort ist von Nerov mit böhmischem Wirtshaus. In Dolny-Paseki führt der Weg an einer unscheinbaren radonhaltigen Säuerlingsquelle vorbei. Am Ufer der kleinen Trinkwassertalsperre geht es bis nach Podradi, dort rechts abbiegen, auf die Straße Richtung Daberava. Weiter fährt man über die Grenze nach Bad Elster durch die Kuranlagen und nach der Überquerung der Bundesstraße 92 am Elsterrufer nach Adorf. Die Wege sind für Radfahrer gut geeignet. Punkt, 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 Punkt. Etappenlänge 22 Kilometer Höhe über NN Start 710 Meter Ziel 440 Meter Adorf-Fugtel Beim Adorfer Bahnhof nutzt der Radweg die Zufahrtsstraße zum Bahnwerk Adorf. Von dort verläuft er auf einem Wiesenweg bis zur Straße nach Leubethe. Nach ungefähr 100 Metern muss die Bundesstraße 92 in Richtung Rebersreuth bis zu den Felsenkurven genutzt werden. In Rebersreuth wird das Elstertal verlassen. Die alte Eichichterstraße ist ein steiniger Feldweg und mündet in die Straße zwischen Eichicht und Hunsgrün. Von dort geht es weiter, wieder weg vom Metzertal bis Ebersbach, wo der Abzweigrichtung Unterhermsgrün ohne Hinweis ist. Nach Unterhermsgrün muss wiederum die enge und stark befahrene Bundesstraße 92 bis zur Tanzermühle genutzt werden. Ab dort gibt es einen Fußweg, der für Radfahrer bis Hölznitz frei ist. Punkt, Punkt. Etappenlänge 17 Kilometer. Höhe über NN. Start 440 Meter. Ziel 390 Meter. Ölznitz-Plauen Etappenlänge 26 Kilometer. Höhe über NN. Start 390 Meter. Ziel 340 Meter. Plauen-Greiz. Etappenlänge 25 Kilometer. Höhe über NN. Start 340 Meter. Ziel 260 Meter. Greizberger. Etappenlänge 15 Kilometer. Höhe über NN. Start 260 Meter. Ziel 240 Meter. Zwischen Berger und Wünschendorf verläuft der Radweg mit leichten Steigungen am rechten Ufer. Die Alternativroute über den Elsterperlenweg am linken Ufer ist herausfordernde. Punkt, 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 Punkt. Etappenlänge 21 Kilometer. Höhe über NN. Start 240 Meter. Ziel 240 Meter. Ziel 200 Meter. Gera-Seitz. Etappenlänge 32 Kilometer. Höhe über NN. Start 200 Meter. Ziel 150 Meter. Seitz-Pegau. Etappenlänge 23 Kilometer. Höhe über NN. Start 150 Meter. Ziel 140 Meter. Pegau-Leipzig. Etappenlänge 27 Kilometer. Höhe über NN. Start 140 Meter. Ziel 120 Meter. Etappenlänge 32 Kilometer. Höhe über NN. Start 120 Meter. Ziel 90 Meter. Etappenlänge 32 Kilometer. Höhe über NN. Start 120 Meter. Ziel 90 Meter.